Ja hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Age Game und zwar mal LVD Souls. Produziert für das ganze Spiel von Ethrith Studios. Könnt ihr euch holen auf each.io oder auf der Patreon Seite von Ethrith Studios. So was haben wir da eigentlich aktuell für ein Game? Ist natürlich ein AI Game, das sieht man auch gleich sofort. So, ist eine Art Adult Visual Novel Game, based on Bleach, also auf den Bleach Charaktern ausgerichtet. Für die Serie Bleach, wenn ihr die nicht kennt, könnt ihr mal auf Disney Plus mal nachholen, dann werdet ihr die auch wissen, wer das ist. Ähm, ja, äh, ja, was gibt's viel zu erzählen? Ähm, nicht viel. Äh, ist, ist, ähm, sehr, ja, wie soll ich's sagen, sehr locker gehalten. Also wie gesagt, spielt im Bleach Universum. Ähm, ich fang einfach mal einfach direkt an. Also wie gesagt, ihr spielt einen Captain, könnt ihr euch selber einstellen. Äh, chose your name, äh, default name. Ich hab da die Musik ausgemacht, weil eben halt mit der Musik gibt's ja wieder ein paar Probleme. Ihr kennt das ja alles, wenn so ein paar Texte eingebrannt werden. Weißen wir jetzt wirklich Ethan? Ich wollte eigentlich noch einen... Ah ne, chose your own name, ne? Danke, da. Nachfrage. So, Ben. Nein, nee, warte mal. Wenn, dann wollen wir was richtig schreiben, ne? So viel Zeit muss jetzt wenigstens noch sein. Denn ich muss die Zeit irgendwie füllen. Es wird nicht viel zu erzählen geben. Erste Partnerin ist natürlich klar, werdet ihr hier finden. Und jetzt könnt ihr alle einzigen Namen umändern. Äh, Sally. Ja, erster Name ist schon mal gewählt. Keine Partik, es wird noch schlimmer. Äh, Nelly. Äh, Nelly. Wir machen einfach mal so weiter, wie es geht. Äh, Nelly hatte ich ja schon. Äh, Kelly. Da haben wir noch einen. Ja, ich mach die Y-Salt voll. Ähm, so, wie gesagt, wir können das Ding nennen, wie wir wollen. Äh, wir lassen den Namen erstmal hier stehen. Und, ähm, können uns überlegen, was für eine Stats ihr auswählen sollt. Ich hab keine Ahnung, wofür das nachher gut sein sollte. Ich hab das... Also, eigentlich brauchst du es gar nicht. Aber du kannst jetzt Agility zum Beispiel... Oder Strange, wir nehmen Strange, komm. Ähm, wir skippen den Prolog, weil das da sowieso... Oder zeige ich euch den Prolog. Es sind nicht viel drin, da komm. Play the Prolog. Sie, Sally sagt uns erstmal, oh hi. Ähm, ja, wir erinnern uns natürlich, dass wir hier sind zum Training. Und, ja, sie hat noch ein paar extra Sachen. Ähm, no, I have things to do after my training. So, weil ansonsten würde sie uns kurz mal... Ach Gott, was soll's. Zeig mir das Ding daher. Hier, die Waffe kriegen wir natürlich. Und, äh, ja, ein kleines Höschen gibt's zu sehen. Absolut, yes. Sieht gut aus. Weiter geht's. Start. Alles klar. Short. Dankeschön. So, ihr geht abschlafen und das Spiel beginnt. Ähm, ja. Boah. Also, ich fang einfach erstmal ein bisschen an. Ihr habt die Girl Stats hier. Auf alle Fälle, hier könnt ihr nachlesen, was die ersten Girl Stats auf alle Fälle so sind. Es gibt noch ein paar mehr, die ihr hier noch finden könnt. Ihr habt die Player Stats. Nicht vergessen, da nachher noch einen Cut zu setzen. Ähm, ja. Agility. Intelligence. Ähm. Ihr habt das Inventory. Not available yet. Also viel ist noch nicht available. Und die Quests. Quests fand ich ein bisschen merkwürdig. Bin ich selber noch nicht so richtig durchgestiegen. Ähm, naja. Gut. Ist halt so. So, ihr habt Visit Park Night. Äh, Tomorrow. Dies und das alles. Ihr seht ja, wo ihr da hin müsstet. Ähm, Shoei Phone und Beach. Beach, komischerweise, möchte ich gerne mal gehen. Äh, wird mir aber gleich angesagt, dass das nur für die Patreon-Version verfügbar ist, weil das eine Public-Version ist. Ich spiele auch selber nur die Public-Version. Hab mir auch nur die Public-Version runtergeladen. Aktuell das Spiel, übrigens, habe ich vergessen zu sagen, in der 1.4.5-Version für Windows und Android. Warum gibt man sowas Wichtiges wie zum Beispiel den Beach in der Public-Version dann nicht frei? Weil, ähm, das sind wieder so eine Sachen, wo ich mich ein bisschen selber so ein bisschen so vorkomme. Du hast eine Story, du baust eine Quest auf, wo du schreibst, ähm, hier, visit the beach at morning, ne, und dann willst du ab morgen zum Beach gehen und es steht drin, you must be subscribed or, ähm, Vice Commander oder higher tiers to access this future. What the fuck? Warum dann die Quest? Dann musst du die Public-Quest müsste man eigentlich so umschreiben, dass, äh, man jedenfalls sagen kann, okay, das passt nachher auch. Ihr wisst, wie ich meine. So, wir holen gleich die Nächsten am Start. Denn das waren noch nicht alle. Ähm, wir holen uns erstmal über hier diejenigen noch am Start, weil da kommt die Nächste am Start. Äh, was haben wir? Sally, Nelly, ähm, äh, warte, 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 ähm, Helly hatten wir auch schon, ne? Ähm, jetzt wird's aber, ähm, jetzt wird's aber langsam echt lustig. Ähm, dann nennen wir Jill. So, komm, lassen wir die für Jill stehen. Dann muss ich mal der Y-Start mal abweichen. Dankeschön, sehr schön. Ist wichtig, dass ihr die Namen auch alle benennt. Ja, es gibt keinen. So, dann holen wir uns die Nächste am Start noch. Das wird dann noch im Forest noch eine sein. Äh, die Change war auch noch. Nennen sie Lil. So, bumm, auch noch mit rein. Und die letzte Dame des Hauses holen wir uns auch gleich mit ab. Das wird dann, ähm, Hospital sein. Die holen wir uns auch mal gleich ab. Die kriegen wir per Special mit dazu. Und bei der, äh, Lil und, äh, Nelly. So, machen wir die erst Nelly voll. Bam, dann haben wir sie alle. Dann sind auch die ersten Damen, die ich jetzt so mitgekriegt habe, alle dabei. Könnt ihr alle callen hier rüber. Ihr seht selber, die ganzen Stats sind voll bis oben hin. Wie fängt das Spiel dann jetzt an? Irgendwie, also, ihr holt sie jetzt her. Holen wir jetzt mal Sally her. So, Sally. Dann müsst ihr Normal Talk mit ihr machen. Könnt ihr Normal Talk, dann könnt ihr die ganze Zeit durchtalken, um Trust ein bisschen aufzubauen. Ähm, Braucht ihr auch ein bisschen Trust, musst ihr aufbauen. Ich glaube, bis zu einem gewissen Bereich, keine Ahnung, 15, 20. Müsst ihr das immer wiederholen. Es ändert sich auch keine Tageszeit oder sonst was alles. Alles, also, schön fein Bein ab, ne. Könnt ihr einfach so durchtalken. Dann habt ihr LVD-Request natürlich noch. Ihr seht ja auch, also ihr Schuluniformen. Manche Sachen sind einfach noch gar nicht gefeatured. Manche Sachen gibt es auch erst ein Premium-Update. So, jetzt haben wir die LVD-Quest und die erste fangt ihr an mit Zeit mit der Zunge, wie ihr das von anderen Spielen auch kennt. Das könnt ihr bei allen in der Richtung her durchknattern. Ähm, Age-Scenes sind nicht animiert. Es gibt nachher bei Sally auch die Möglichkeit, bei allen die Möglichkeit, nachher hier Special Service Update zu machen. Ähm, da kriegt ihr halt eben diese Sachen, die sind nicht animiert. Na, das sind einfach nur Scenes. Ich weiß nicht, ob er da in seiner Vollversion eine Animation mit reingepackt hat oder nicht. Ähm, aktueller Stand der Public-Version, die ist nicht animiert. Ähm, hinzu kommt auch hier, dass man sehr schnell sieht, dass das AI-Charaktere sind. Ich nehme jetzt mal Nelly als Beispiel. Äh, wir callen mal Nelly. Ach nee, wir müssen sie erst mal anlocken im Park first. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Ähm, manche müsst ihr ja die, zum Beispiel Trainings-Room-Area, müsst ihr die unlocken. Ähm, kriegen wir aber alles hin. Wir gehen mal, äh, ich glaube nicht, kriegen wir die jetzt schon im Park? Ja, bam, da war Nelly. Boom, die nehmen wir auch noch mit rein. Ich meine, so eine Girls sind ganz okay. Die sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und, äh, Training-Area war, glaube ich, hier in Strange, ne? Äh, Afternoon. Alles klar, da müssen wir noch mal Afternoon noch mal herkommen. Ähm, ja, ihr könnt worken, ihr habt die Training-Areas, die ich euch ja schon erzählt habe, da könnt ihr diese ganzen Sachen noch trainieren. Ähm, ihr könnt arbeiten, ihr könnt Kill Some Hollows machen, so, zack, boom, hauen wir die weg, kriegen wir 500 Dollar mit oben drauf. und, ja, dann hat sich die Quest-Area eigentlich schon erledigt, also, wir können jetzt noch Call a Girl machen für die Nacht, also Sally mal eben ganz kurz herholen. Wir können ja mal ein bisschen rumgucken. Ah ja, nochmal im Park first. Glaube, jetzt muss ich nochmal im Park gehen, ne? Ja, Final I Got You, sehr schön, dann haben wir sie abends, kriegen wir so einen Park daneben halt rum. Und jetzt müsste sie auch, ähm, für uns, äh, auch verfügbar sein, dass wir sie ansprechen können. So, dankeschön dafür. Ähm, jetzt können wir Nelly auch holen. So. Ist dasselbe, es gibt ein paar andere Sachen mit drin, ein paar andere, äh, Change Outfit zum Beispiel, kann ich euch gleich schon sagen, wenn ihr das Public zum Date Outfit macht, wie es jetzt gerade aktuell der Fall ist, könnt ihr hier noch überhaupt gar nichts machen, wie zum Beispiel Date with Hair is not available. Da kommen vielleicht noch ein paar Sachen mit dazu. Wenn ihr das drin habt, bitte nicht vergessen, wieder auf Normal Close wieder zu changen, ansonsten script die immer so raus und, äh, ihr müsst die immer wieder neu reinrufen und dies und das alles. So, das wäre sie. Ähm, Dismissar, dann hauen wir sie mal weg. Ähm, wir könnten noch mal, Helly können wir noch nicht zeigen, weil die müssen wir auch noch aus freischreiten. Kelly auch. Genau, Salary Shop, ähm, Mail Salary Shop müssen wir da hin, um die frei zu bekommen. Ähm, dann haben wir, über die anderen kann ich ja zeigen, ne, Lil. So, ihr seht, die sehen sich alle sehr ähnlich, ne, dann haben wir Jill. Die ist vielleicht noch ein bisschen unterschiedlicher und Nelly. die könnt ihr euch auch alle jetzt herholen. Ähm, ja, ist ein bisschen schwer. Mir fehlt echt viel Content hier drin, ehrlich gesagt. Also ab sofort habe ich mich jetzt so, ich glaube 37, 38 Tage lang, hier so ein bisschen durchgeklickt. Natürlich auch irgendwie schon mal schade, dass man die Quests nicht abschließen kann, weil man den Beach nicht, äh, Beach nicht besuchen kann. Also die LWD-Quest hier kann ich nicht abschließen. Die anderen konnte man eigentlich so weit teilweise abschließen. Ähm, ähm, wie soll ich da jetzt dann, das ist halt schwer, dann eben halt zu sagen, so, ja, es ist okay, es sieht gut aus, alles ganz schön, es ist auch alles nicht schlecht, aber das Problem, was ich halt hier mit habe, ist eben das, ja, wir müssen jetzt zum Beispiel, wo müssen wir denn hin? Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, äh, ja, da kommt der hier angedackelt und dann kriegt ihr jetzt Helly freigeschaltet. Helly kommt dann auch an, bam, und, äh, you can train me, bam, boom, bang, fertig. Deshalb der, glaube ich, meiner Meinung nach auch Helly verfügbar, seht ihr. So, das wäre jetzt hier zum Beispiel auch eine Quest, die abgewahrarbeitet worden ist, die sehen dann immer grün aus, wenn ihr das gemacht habt, also wundert euch nicht. So, den Shop sollen wir noch am Morning aufsuchen und Umarani, keine Ahnung, was das ist am Afternoon, ich glaube, das ist hier über die Trainingseinheiten was. Cheatmenü natürlich auch nur für, ähm, für die Patreon-Mitglieder natürlich zugänglich, ne? Hm. Also, man kann viel aus solchen AI-Spielen ja zaubern. Ich habe ja nicht gesagt, dass AI-Spiele so, ähm, so sind, so nutzlos sind oder sonst was. AI ist immer eine coole Weiterentwicklung. Ich habe auch schon mitgekriegt, einige stoßen auch schon bei AI so ein bisschen in die Grenzen. Gerade wenn es in den LWD-Bereich geht, wird es da doch ein bisschen trickyhaft. Ähm, ja, ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Also aktuell, wie gesagt, ist es die 1.4.5-Version. Ich hätte mir so ein bisschen mehr, gerade das Bleach-Universum, bietet ja super viele Sachen. Man kann ja super viel aus Bleach herauszaubern und sowas alles. Bleach ist auch eine coole Serie, kann man auch mal, kann man sich auch mal empfehlen. Habe ich mir auch mal ein bisschen angeguckt, Bleach. Ähm, ist eine coole Serie, ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und, aber hier so, ja, wie soll ich sagen, so, ich finde, ich finde es sehr gut, wie ihr die Characters und so die Girls alles reinsetzt, aber ich finde es ein bisschen schade, was er da aktuell so ein bisschen draus macht. Also, nur dieses Selbe mit Normal Cheating, LWD, jetzt soll sie wieder die Zunge weiter raushalten, dann holt man sie wieder rein. LWD, machen wir die Zunge weiter, boom, nächster Tag ist am Start. Ähm, ihr versteht, was ich meine. Das ist dann irgendwie so, du skippst die Times einfach so durch, aber du hast irgendwie gefühlt, also für mich persönlich gefühlt, nichts Positives erreicht, außer, dass du eben halt immer weiter bei den Girls Stats kommst. Ähm, das ist immer so, ich finde das ist so ein bisschen, sagt mir nicht böse, aber ich finde das Potenzial. Ich meine, das Spiel, man kann so eine Trainer Games, ich nenne es ja immer so gesehen, sogar Trainer Games, weil es ist für mich kein Visual Novel Game, sondern mehr so eine Art Trainer Game, weil, man, na gut, du trainierst jetzt ja nicht richtig, aber irgendwie doch, na also, das sind so diese ganzen Features, das sind Trainer Games mit drin, wo man eben halt die herholt, dann eben trainiert und dann eben halt, ne, werden sie ein bisschen lockerer und freizügiger und dies und das alles. Ähm, das ist hier dasselbe auch. Ich glaube, jetzt können wir zum Beispiel schon mal Show Me Underwear machen. Boom, zeigt sie uns die Unterwäsche. Boom. Und dann geht das so weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ähm, ist, ist, ist schwer da so zu sagen, okay, passt, ne, ach ja, wir müssen noch zu diesem Shop noch hin. Wo kriegen wir diese Shops eigentlich? Die sind hier, das ist dieser Male Potion Seller hier. Äh, die Woman Potion Seller, äh, warum auch immer die jetzt gerade vergessene Klamotten anzuziehen, aber na gut, läuft bei ihr. Ähm, so, bei den Sellern, bei dem, selbst bei den, ähm, was ich mich auch frage, warum soll ich hierher kommen? Also, bei Mel hast du die, ähm, bei ihnen hast du die, äh, Sachen, 3000 Yen zu bezahlen, um Lust, Love und Trust Potions nach oben zu ballern. Kannst du ja auch ganz bequem so machen. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt die Potions dafür kaufen, für 3000. Also ich, weiß nicht, ich habe mich da jetzt nicht hingespart für, also ich hatte jetzt nicht so den Drang, mich da hin zu sparen, um mir die Potions da zu holen. Deswegen, also, ja, ich habe krass Geld nicht, ist klar, geht's wieder zurück. Ähm, go back to your room. Ich meine, wir kriegen auch die ganzen Sachen alle so frei. Ne? Wisst ihr, es ist so, also, ich weiß nicht, ob es sein erstes Spiel ist, das er mit AI gerade, ähm, kreiert oder dies und das alles. Ähm, oder ob es jetzt sein, was weiß ich, drittes Spiel ist oder so. Also er hat insgesamt ja schon drei Spiele rausgebracht. Lost Tale, Lost Tale würde ich ungefähr auch so in die ähnliche Schiene mit reinschmeißen. Kann ich aber noch nichts zu sagen, habe ich noch nicht gespielt. Ähm, hier fehlt Potenzial. Ähm, eine Storyline ist wichtig. Also hier fehlt mir irgendwie komplett eine Grundstory. Eine Grundstory, die einfach mal bombt, wo du einfach sagen kannst, okay, das kannst du mit reinziehen. Dann geht mir dieses Aufgewährte zu schnell und, äh, zu eintönig, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Also dieses, hol die alte her, jetzt hier können wir uns Kelly herholen, dieses auch hier, selbe Thema, wieder in grün, den ganzen Scheiß nochmal wieder neu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so, ja, du schaltest, ähm, er macht das zwar so, dass er so Special Services oder eben halt auch jetzt gerade aktuell, so ein Premium Features, äh, Captain Tear, dann eben halt da machen kannst. Und, ach, das sind dem Teil die Premium Features, die du älts, äh, wahrscheinlich mit einem neuen Stand erst hinkriegst oder sowas alles, weil die Questline kannst du ja irgendwie nicht, da musst du, glaube ich, worken gehen, wie so ein wahnsinniger Irrer. Äh, ich sehe auch in den, warte mal, Player Stats, ich mache mal wieder einen Cut, könnte sein, dass in den Player Stats da vielleicht noch ein bisschen up to leveln geht, da weiß ich aber nicht genau von, ähm, dass man immer die ganze Zeit immer Work machen muss und kill some Hollows hier, attack him, was kriegen wir da? Was ist das wie? Strange in the Ration has been a race, ich glaube, daran liegt es eher, das müssen wir eher machen, dass wir das hier eher machen, damit wir dann eben halt, äh, diesen, äh, Reihatsu nach oben raisen können, bin mir aber auch nicht so 100% sicher, ich mache das jetzt einfach mal ein paar Mal, ähm, kriegen ja immer Geld dazu, so, boom, hauen wir die mal ein bisschen weg, vielleicht steigern wir ja irgendwann mal hoch, ähm, ansonsten ja, wie gesagt, das ist das Game halt aktuell, ne, ich, ich finde, aus AI kann man viel machen, wie gesagt, aber hier wird viel Potenzial halt ein bisschen verschwendet, ne, so ist es schon 1300, ich haue den weiter auf die Fresse, mache die 1500 voll, immer rauf, so Fressbrett, also ihr seht, na, äh, ja, ist, ist das jetzt so ein Spiel, was ich sagen würde, klar, für eine Public, also erst mal Hut ab davor, dass es Public ist, das finde ich schon mal gut, das ist immer gar nicht mal so schlecht, Public ist immer ganz schön, ähm, so kann man jedenfalls ein Spiel ausprobieren, ähm, Patreon Sachen ist auch okay, kann man auch mit reinführen, ich weiß jetzt, wie gesagt, wenn das jetzt für die Quest, ich werde das jetzt ein bisschen mal machen, mit euch zusammen, um herauszufinden, ob das dann, ob man da wirklich irgendwie auflevelt, und aufsteigt, deswegen haue ich jetzt ein paar von denen drauf, ähm, wir können auch Work Your Society, das würde unser Intelligence natürlich noch mehr nach oben leisten, also wir brauchen das nicht immer zu machen, äh, vielleicht das sogar effektiver, würde ich sagen, was haben wir da noch, Rendering and Secure Solves, okay, da ist irgendwie gar nichts, Agility hauen wir hier noch hoch, also wir können sogar über Strange und Agility, sogar noch hier, so steigern, wir brauchen noch nicht mal, ähm, in, in die Trainings Areas eigentlich gehen, und hauen trotzdem gut drauf, ne, so, dann hauen wir hier nochmal durch, und dann gehen wir da nochmal hin, und hauen den nochmal eins an die Backe dran, so, äh, dann haue ich nochmal auf die Backe, jetzt bin ich ja schon bei 4000, also ihr seht, es geht immer so weiter und weiter und weiter, ne, wir steigern zwar 4400, also jetzt gehen wir auch sogar in 200er Schritten, nach oben, so, machen wir hier noch ein bisschen weiter, kriege ich sogar auch ein bisschen Kohle, okay, um, geht das dann nur auch wieder in 1er Schritten, oder auch in 2er Schritten, ne, aktuell immer in 1er Schritten, äh, bumm, 1100, was haben wir jetzt noch, 1000, 2000, ja, guck mal, schon bin ich auf 5000 gewandert, und ich hab jetzt 15 Tage rum, äh, so, nehmen wir uns nochmal die Souls mit, jetzt kriegen wir davon auch ein bisschen Kohle, okay, äh, machen wir das ein bisschen weiter, so, äh, nochmal Souls, ich guck mal nach, ob ich die Beach damit freischalten kann, ich bin mir nicht sicher, so, wenn ich jetzt Travel zur Beach möchte, nup, ja, steht hier auch, ne, äh, ja, ja, also wie gesagt, ein bisschen verschwendetes Potenzial, ne, ruhig, so eine Sachen wie, also ich würde erstmal, wenn ich Quests aufstelle, würde ich die niemals, äh, so reinstellen, wenn das jetzt wirklich nicht weiter freischaltbar ist, ich würde niemals, äh, eine Quest, eine LWD Quest, so reinballern, dass, äh, man eine Quest nicht abschließen kann, man kann den Anfang-Kram hier oben Main-Quest abschließen, aber irgendwie hab ich noch nicht mehr gekriegt, dass dann irgendwas weitergekommen ist, manche Sachen hab ich noch nicht mal gefunden, na, wenn ich jetzt Afternoon gegangen bin, wir können ja mal, äh, und dann, äh, äh, und dann, äh, und dann, äh, und dann, wir haben ja genug Kohle, bin ich jetzt auf 6000 schon mal geschossen, und dann sollen wir irgendwie am Nachmittag, äh, wohin gehen, Maiguri at Afternoon, Visit Maiguri at Afternoon, Son Phon, wo ist das, was ist das, Maiguri, glaube ich, ist der hier, wenn ich mich nicht recht erinnert habe, äh, Intelligence Captain, das könnte der eventuell sein, ich bin mir nicht sicher, wir gucken einfach mal, so, gucken wir mal, haben wir eine Quest abgeschlossen, ja, das war Maiguri, so, und Son Phon ist auch irgendwie ab Afternoon zu wissen, den habe ich jetzt auch noch nicht herausgekriegt, wo der sich rum, das könnte eventuellerweise, nur wenn, der hier, äh, nein, ähm, da waren das, Training Areas, ne, entweder das ist der hier, dass der das vielleicht eventuell sein könnte, bin mir aber nicht sicher, ähm, you need to raise agility to 10, okay, okay, alles klar, dann müsste ich jetzt also Agility da weiter hochballern, ja, wäre ja hier mäßig drin, ne, ah, nee, Agility, warte, my training areas, das müssten wir hier machen dann, ne, wir werden ja sehen, so, auf alle Fälle, wie gesagt, das ist halt immer so, ja, ihr merkt ja selber, was gerade los ist, äh, zum Maximum, ach, hier, äh, raisen wir Agility, gut, dann können wir das mal eben machen, hauen wir da noch ein paar mal mit durch, damit wir die Sache auch durch haben, dann wisst ihr, was auf alle Fälle, ich will mal wissen, ob es danach weiter geht, ähm, bam, 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 hauen wir Agility durch, äh, bam, 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 ähm, weil wozu soll ich mir die Scheiße, bei den Potion, bei den anderen Seller zum Beispiel, könnt ihr euch, äh, Agility Potions und sowas alles kaufen, um das schneller zu machen, aber wofür soll ich das schneller machen, geht doch ratzfatz, drei, vier Mausklicks gemacht und ich bin weiter, so, das machen wir jetzt nochmal, ich glaube, jetzt müsste ich ungefähr schon bei zehn sein, ne, so, dann gehen wir in die Training Areas und, äh, werden mit ihnen nochmal reden, und ich glaube, die Quest ist auch abgehakt, oder? Ne, ist so ein Fun auch noch nicht, äh, wie viel hab ich denn jetzt, wartet mal, bin sogar schon Agility bei 16, ich meine, wie viel soll ich noch haben, so, bumm, fertig, so, nochmal Work, nochmal Agility, so, jetzt gehen wir nochmal zu Training Areas, nein, nicht den, den da will ich sprechen, so, können wir mit ihnen trainieren und dann haben wir das auch geschafft, sehr schön, da müsste jetzt die Quest auch durch sein, nö, naja, ist die Quest eben halt nicht durch, keine Ahnung, welche das dann ist, ähm, ihr seht aber auf alle Fälle, wie das Ganze läuft, ähm, ich denke mal der Nächste, ich gucke jetzt nochmal nach, Kill Hollows, Image Not Found, noch besser, dann gibt es sogar noch Image Verluste drin, äh, Work und nochmal Kill Hollows, äh, könnte auch sein, dass das der eine da ist, der noch mit rumpimpelt, hier, Training Areas, hier glaube ich ist der, ist das jetzt durch, ach, da, ich gucke es die Wand an, ähm, ihr seht selber, es ist einfach nur so ein bisschen durchgeklickt, durchgespielt, wer in die Public Version aber trotzdem gerne haben will, den empfehle ich LVD Souls natürlich, der kann sich ja gerne mal anspielen, erwartet nicht zu viel, die Models sind alle die same ways, auch, ähm, nachher vom Aussehen her, äh, habe ich irgendwie das Gefühl, wurden eigentlich nur die Köpfe oder die Haare ein bisschen ausgetauscht, vielleicht die Augen ein bisschen umgeändert, ansonsten so ein little bit of same, ähm, ja, also ihr seht, ne, wer sowas sucht, der sowas spielen möchte, wer sowas, an sowas Spaß hat, der so ein bisschen mit den, ähm, mit sowas interagieren möchte, oder sowas alles, der einfach keinen Bock hat, auf große Storylines oder sonst was alles, sondern einfach nur gechillt, einfach nur von seinen Rechnern so ein bisschen abchillen möchte, mit so welchen Games, äh, herzlich eingeladen, gerne doch, äh, schaut bei, ähm, ähm, Ithrim Studios vorbei, holt euch das auf itch.io oder auf Patreon, die kostenlose Public-Version, und spielt es erstmal ein bisschen, bevor ihr euch überlegt, ähm, dann schlussendlich entweder das Spiel auf itch.io zu kaufen, äh, auf itch.io zu kaufen, oder auf Patreon im Mitglied zu werden, das könnt ihr ja selber entscheiden, wie ihr das dann haben wollt, ähm, ja, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Zocken von LV, Dissaults, ähm, und, ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Age Game, also, bis denn. Bis denn.